Wir eliminieren jetzt gleich Novikov. Da sind wir gestern nämlich stehen geblieben. Ich habe auch die Herausforderung heute gesehen. Es gibt eine Menge Herausforderungen. Aber die habe ich mir gedacht, die machen wir erst wenn wir noch die zwei Missionen machen. Habe ich auch gelesen man kann dann die Mission so was wie wiederholen. Aber die sind immer noch abgeschlossen. Da kann man die Herausforderung machen. Weil man bekommt ziemlich viel Geld. Geld brauchen wir um neue Gegenstände zu kaufen. Neue Wachen. So wir reden nicht lange. Wir gehen sofort einfach mal rein. Wir sind hier in der Hölle wo wir gestern stehen geblieben sind. Also was heißt stehen geblieben. Wir haben schon die Mission gemacht. Da in den Ausbildungslager. Die haben wir aber hier war ja dieser Speicherpunkt quasi. Ja und nicht wundern die Gegner respawnen immer wieder nach einem Speicherpunkt. Geblieben Army get down. Ah ja. Der wusste eh nicht Bux hat aber sein Gold versteckt hat. Mit dem machen wir mal kurz einen Prozess. Weil die haben wir schon mal getötet. Wenn ich mich erst erinnere ist hier noch einer. Und da ist noch einer. Das war meine Schulte. Oh ich fand ein Schulte Blatt. es gibt einen Flanker-Gaard in meinem Backen. Mach es ruhig und du brauchst einen. wir sind gestern nämlich hier stehen geblieben hier war der zweite speichelpunkt ich mag hier was plündern leider nicht ja schön schaukeln kollege schaukeln Oh, noch eine Tannung bekommen. Oh, ist voll ins Wasser geblieben. Ach, hier waren wir schon, von der anderen Seite, da haben wir irgendwas gefunden, ein Verzeichen. Da brauchen wir nicht nochmal hin. Ach, kein Schalldämpfer und da hört man uns. Ich voll Idiot. Die Frage ist, wenn die uns eine gewisse Zeit nicht sehen, ob die den Alarm absagen. Das weiß ich nämlich nicht. Die sind quasi so in Alarmbereitschaft irgendwie, ne? Wie, das hat er nicht gehört? Wollte ich nur sagen. Ist der Junge taub, oder wie? Ich bin mir nicht gegangen. Ich bin negatenged. Ich bin gekristallisiert. Wir haben die Tannung auf. Entfernt! Ich hab mir so einen Mist ausgelöst. Die wir versucht verursacht haben. Gar nichts was man klüppeln kann. Ich hab mir so einen Wandel. Roger. Good luck. Raven. You need to disable both antennas. We're still picking up data streams from the facility. Novikov can't work without power. Roger. I'll see what I can do. Raven. You can further sabotage Rashida's supply chain if you disable this comms facility. Acknowledged. There are multiple power transformers. Left side mark one one and one two and right side mark two one and two two. You have visual. Roger control. Ich hab ja noch kein Schatz. Das ist auch ein Schatzschutzname gesehen. Ich dachte noch nicht. Das kann noch nicht der letzte gewesen sein. Der einzige oder? Oh, ein Juggernaut. Schwerer Feind. Ein zweiter. Der kommt uns so an. Und was geht? Und was geht? Wir sind ja auch hier. Ah, das ist eine Mission quasi. Ich glaube die zwei waren das, ne? Da waren ja zwei. Jaja. Okay. Und die Stromversorgung. Okay. Wie gehen wir das am besten jetzt an? Ich hätte zuerst die Scharfschützen ausgeschaltet. Die EU weit voneinander entfernt sind. Entschuldigung. Entschuldigung. Wir schauen uns die Signale von dem Ort. Sch**t. Er ist drin drin, dann sicher. Er ist drin drin, dann sicher. Entschuldigung. Das ist das, warum du ihn ausfalt musst. Er ist drin drin, dann sicher. Ich zeige das dir. Das war's für heute. war beide mit ein schuss oder jawohl aber ist das unsere zielperson also Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dann sind wir uns in Teil 4